moin moin pyro ist schön dass ihr wieder eingeschaltet habt in diesem video zeige ich euch mal die diamond 3 von gau eine 19 schuss batterie mit einer brenntauer von ca 30 sekunden die effekte war glaube ich brokat mit blauen stern die nems in diesem fall hier 380 gramm natürlich ist diese batterie f2 es ist eine wirklich sehr geile batterie und wünsche ich euch jetzt einfach mal viel spaß bei der zündung so zünden wir jetzt mal die diamond 3 von gau noch mal gucken ob es extra mit dem mikrofon dran ist weil ich reiß es nicht ganz raus so feuer ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017